Stell dir vor, es ist Sonnensommerwende, die Hochzeit des Sommers. Du befindest dich an einem wunderschönen Ort. Alles blüht, Wasser rauscht, die Vögel singen ihre Melodie. Du beobachtest die Ereignisse an diesem wundervollen Ort. Deine innere Frau treht in Erscheinung. Du betrachtest sie, wie sieht sie aus, wie zeigt sie sich dir. Lass dir Zeit, ein Engel nimmt sie mit, um sie in der Schönheit des Lebens zu kleiden. Nun tritt dein innerer Mann in Erscheinung. Du betrachtest ihn, wie sieht er aus, wie zeigt er sich.